Wir sind hier in Jeddah, wo alle voller Spannung auf den großen Preis von Saudi-Arabien warten. Die Rennstrecke in Jeddah führt am Ufer des Roten Meeres entlang und ist eine der schnellsten der F1. Sie ist von Start bis Ziel eine Herausforderung, denn die Autos sind nur Millimeter von den Mauern entfernt. Der Jeddah-Cornish-Circuit ist ein heißer Powerkurs, der Speed auf den Geraden und hohen Grip in den engen Kurven erfordert. Die Wahl der Reifen beim Start ist hier entscheidend, wobei die Teams auch immer Gelegenheiten durch Safety-Car-Phasen im Hinterkopf haben. Max Verstappen flog in der letzten Runde zum Sieg. Der Niederländer bewies, dass er in guter Form nicht zu stoppen ist. Und jetzt beginnt das Wochenende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Laufe von Funonischen Führen Weiss zu feuern Abird własnor aqui! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ready to check, okay. Ready to check, okay. Yep, Land on clear for me. And how was the balance? Yeah, I'm having a bigger strike in front of the car, it's crazy. Understood. Good. Step in, in. Clips on. I'm going to give you a stop in front of the garage. Yeah, Land on marks. Bit speed limiter on. Stop on the marks and we'll be switching off. There's a lot in the middle. We're going to get in front of the garage to be able to keep on. That's okay. Let's go to the garage next. Go for this. You're going to have to go to the garage. Go and use the garage. Over, you will high. You're going to have to take it off. I can't use it to get. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018